Würdest du sagen, du bist eine 10 von 10? Ich? Ja. Liebe Freunde! Hallo! Heute machen Julia und ich etwas, was wir noch nie gemacht haben. Gegessen. Pizza zusammen. Was? Für mich ist es voll das emotionale Ding jetzt gerade. Wir haben schon mal zusammen gegessen. Vor zwei Wochen waren wir das erste Mal zusammen essen. Und das war total schön und deswegen wollen wir das heute nochmal machen. Aber, das ist wirklich ein Video, wo wir halt herausfinden können, ob wir uns mögen. Ja, ne? Klarkommen, ne? Ob da... Manchmal ist ja... Ob das... ...matcht. Weil, wenn man nicht die gleichen Geschmäcker hat, dann kann man eigentlich auch trotzdem befreundet sein. Denn, Dominos bringt was ganz Neues auf den Markt, liebe Freunde, und zwar die Dominos-Box. Warum stehe ich gerade auf? Uh! Ich bin aufgeregt, weil du da bist. Ach so. Warum? Das ist perfekt für uns. Für Menschen, die sich nicht so ganz entscheiden wollen, die irgendwie so von allen Sachen irgendwie zu viel nehmen wollen, dann sich... Wir sind sehr picky. Ja. Wir sind sehr pick me auch. Wir werden heute die beste Kombination in der Dominos-Box herausfinden. Die beste für uns. Aber was ist die Dominos-Box eigentlich? Die Dominos-Box ist folgendermaßen aufgestellt. Und zwar gibt es eine 18 cm große Pizza, die ist ungefähr so, also sehr groß. Ist schon so. Ja, ja. Muss ja schon realistisch bleiben hier, ne? Ja, ist nicht jeder realistisch bei der Größe. Und diese Box beinhaltet auch noch zwei Sides. Entweder süß oder herzhaft oder beides. Je nachdem, worauf ihr Bock habt, weil ihr könnt picken, was ihr wollt. Für mich herzhaft. Wir werden uns jetzt diese Sachen bestellen, aber wir werden natürlich mit großartigen Aufnahmen euch mit auf diese kulinarische Reise mitnehmen. Boah, das wird wirklich das schönste Video, was ich jemals gedreht habe. Einfach nur Pizza und geile andere Sachen essen. Ja, deswegen sollst du öfters mal mit mir drehen. Okay, wir drehen ja echt ziemlich oft, ne? Wir drehen ziemlich oft und da krieg ich nie Pizza oder Rösti-Sticks. So, wir müssen Maik nochmal nach da schieben. Ist mir total egal. Ich würde sagen, wir bestellen jetzt unsere erste Kombination, weil ich habe jetzt Lust zu essen, okay? Fassen Sie mich nicht an, denn das ist Cringe. Doch, du kannst mich immer anfassen. Ey Leute, Ju ist gerade auf dem Klo. Ich wollte euch nur ganz kurz noch zwischendrin sagen, die Dominos-Box gibt es ab 5,99€ für Abholer. Während wir gerade aber auf die Dominos-Boxen warten, kann Julia doch mal hier ganz kurz präsentieren, was sie da geil findet. Julia Bütix, was bist du? Hä? Also das hier sind meine Kombinationen, die ich mir ausgesucht habe. Mhm, das geht es. Und ich werde da heute mal testen, welche ich davon am besten finde und werde die ranken. So, wie sie ja auch andere Menschen ranken manchmal. Genau, ja. Wenn ich Menschen nicht ranke, nach Wichtigkeits-Skala, dann kann ich halt auch nicht mit denen hängen. Ich habe hier eine vegane Salami-Pizza, Churros und Rösti-Sticks. Eine Margarita, die ist vegetarisch. Churros und Cheese-Bites. Ey, auf die freue ich mich so krass. Boah, Cheese-Spice damals, Alter. Was ist deine Story mit Cheese-Spice? Nee, damals. Was war damals? Was ging da so ab bei dir? Ja, ich hatte immer, war noch damals in der Beziehung, ne? Mhm. Wir hatten mal Cheese-Bites und Food-Balls. Yes. Du hattest Cheese-Balls und Food-Balls? Fungi, Lava-Cake. Auch sehr lecker. Und wieder Rösti-Sticks. Rösti-Sticks beste. Und dann haben wir hier das große Finale mit einer Caprese, Cheese-Bites und Lava-Cake. Ja? Du hast so viel Süßes da drin. Ich bin doch auch süß. Es ist Ansichtssache auf jeden Fall. Guck mal hier. Salami einmal, Cheese-Bites und Rösti-Sticks. Herzhaft, meine liebe Freunde. Dann habe ich die Luca und Churros, guck mal, auch auf Süß, ne? Und die Chicken Kickers. Kickst du die? In deinen Mund? Kick. Dann habe ich die Borsten, auch Lava-Cake, auch auf Süß und Chicken Strippers. Wo ist der Unterschied? Ich dachte, jetzt sagst du Stripst doch auch mal. Broschuto haben wir einmal. Broschuto. Hä? Das sagt man doch gar nicht so. Broschuto. 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 Broschuto hast du gesagt. Was sagst du denn? Was sagst du zu Bruschetta? Bruscheta. Bruscheta? Broschuto habe ich einmal hier, ne? Mit Schinken, Churros, Lava-Cake, auch komplett süß, ne? Wenn man mal so, man hat also seinen salzigen Tag so gehabt, ne? Ist bisschen salty unterwegs so. Und dann habe ich die Waikiki hier. Waikiki. Und Chicken Wings, Cheese-Bites, Tuna, Rösti-Sticks und die Churros. Aber die Churros sind auch brutal lecker. Brutal. Ich habe die Churros tatsächlich noch nie probiert. Premiere und ich freue mich sehr. Aber wann? Jetzt. Guck, es klingelt. Komm rein hier. Hallo. Hallo. Danke. Danke schön. Danke schön. Tschüss. Bevor du isst. Ey, wir haben beide Rösti-Sticks. Wie cool ist das denn? Boah, wie brichst du die ab? Warum? Wie soll ich das denn machen? Diese Menschen, die komplett mit ihrer ganzen Pranke auf die Pizza packen, ey. Oha. Frech. Willst du nicht anstoßen mit mir? Du bist so unhöflich. Wirklich. Diese Menschen, die einfach... Ja, danke. Ja. Würde ich schon sagen. Willst du mal die vegane Ernte probieren? Moment. Ist grad hier. Da? Hier. Oh, es kommt wieder hoch. Es kommt wieder hoch schnell. Ist mein Mund von innen so lustig oder was? Das Video ist so ein Edit-Potenzial schon wieder. Das ist wirklich ganz schlimm. Oh pssch. Wir lachen nur, weil wir uns gegenseitig eigentlich nur im Privaten immer füttern. Mit kleinen Stangen. Ich probier jetzt ein Choro. Boah, die sind so geil, oder? Wack, das weiß ich noch nicht. Mhm. Geil, ne? Mhm. Willst du? Ja. Können wir immer so Videos drehen, wo wir einfach nur essen? Boah. Da kriegt grad so Mukbang-Vibes. Das ist ja irgendwo auch einer, ne? Aber was macht man in einem Mukbang eigentlich? Auch miteinander so reden auch, ne? Es ist ja in Korea ein riesiger Trend, wo Leute einfach nur essen. Aber das find ich auch voll schön, weil dann hat man Leute mit denen man essen kann, wenn man alleine ist. Wir teilen das Essen natürlich auch brüderlich auf. Wer soll was bekommen? Was ist das? Das sind äh Chicken Kickers. Oh, da muss ich jetzt mich in Acht nehmen. Ja. Fun Fact, Jule hat mich eben... Hey! Ich hab Ju soo hart geschlagen und es war wirklich keine Absicht. Ich wollte so antäuschen und plötzlich hab ich einfach richtig hart sein Knie zerschmettert. Also sie sollte in meinen Bauch schlagen und hat unter meine Kniescheibe geschlagen. Ich hab auch das Videokonzept einfach nicht so ganz verstanden, weil ich sollte dich ja gar nicht schlagen. Dauern die Hauptvideos halt leider nochmal zwei Monate länger, weil er hat jetzt Knieprobleme, keine Fußprobleme mehr. Ne Margherita. Ist ne Luca. Und wie schmeckt Luca? Geil. Würde mit Luca gerne ausgehen. Ja? Wo würdest du mit Luca hingehen? Pizza essen. Wo? Bei Dominus. Kehrt du schon ein? Ich bin anstoßen. Hihi. Und wie war dein Abend gestern? Mein Abend? Boah da machst du ein riesiges Fass auf. Ne keine Ahnung. Ich hab die Serie weiter geschaut ohne dich. Oha! Alles kalt! Du Assi! Wieso guckst du ohne mich weiter? Ehrlich gesagt hab ich gestern auch ohne dich weiter geguckt. Boah! Ey diese Churros finde ich schon toll. Hm? Was? Meinst du was? Du hast meinst du was gefragt? Ne. Ich hab wirklich wiederholt. Was mein ich was? Was meinst du? Irgendwie verstehen wir uns nicht. Wir geben ein Rating ab. Mhm. Oh. Also wir bewerten nur die Kombination. Das würde mich komplett happy machen so. Echt jetzt? Aha. Neun von zehn. Das wäre dann doch zu herzhaft. Also das Süße kam schon gut. Du hast recht. Mhm. Siehst du? Also die Kombination fand ich schon sehr, sehr gut. Aber ich glaube es geht noch besser. Deswegen lass ich noch ein bisschen Luft nach oben. Mhm. 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 Also du kopierst mir quasi. So. Das. Warum ist das so runtergelegt unter? Fand ich schöner. Also die 10 ist doch zu weit unten. Ja richtig. Ich wollte es ein bisschen versetzt haben. Verwirrend oder? Boah. Danke. Geht's jetzt besser? Jetzt sieht's halt aus wie eine 7110. Ja warum machst du denn nur einen Strich bei der 1? Es geht weiter. Es geht... Oh. Hey. Wir hatten eine kleine Pause gehabt. Deswegen sehe ich jetzt auch komplett anders aus. Komplett anders? Ich habe eine Kappe jetzt. Oh warte und ich habe meinen Hut nicht mehr. Ey wir sehen komplett anders aus. Ich bin so ready. Okay. Wir haben jetzt einfach in allen Teilen diesen Lava Cake. Ja klar. Und ich glaube ich werde den sogar zu... Warte mal wie kann ich den essen? Ich habe Prosciutto. Prosciutto. Oh Prosciutto. Klingt doch viel richtiger oder? Prosciutto. Fungi. Die sieht mega cool aus finde ich. Die sieht cool aus. Auch mit diesem Pesto drauf. Wow toll. Wie schmeckt es dir? Sehr gut. Mir auch. Danke der Nachfrage. Ich habe gar nicht gefragt. Kein Problem. Aber wie schmeckt es? Wie hungrig die Leute gucken. Ihr müsst euch vorstellen hier sind 40 Menschen hinter der Kamera. Ich finde es ganz toll. Ich werde gleich ein Rösti in meinen Lava Cake geben. Oh das ist krass. Ja. Aber ich beiß jetzt in diesen leckeren Schuh rein. Den ich hier schon ein paar mal gegessen habe. Mhm. Das ist ja immer noch toll. Mhm. So. Wie cool. Oha. Das geht nicht oder? Doch das geht schon. Das geht alles. Und? Wie ist es? Also mein Gehirn kann das hier so verarbeiten. Willst du das hier mal testen? Sogar gar nicht schlecht. Du musst halt ne? Hast keine Wahl eigentlich. Ja. Mhm. Das geht besser als das hier. Ja? Mhm. Ist auch super. Mhm. 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 So wir haben jetzt beide hier ein Lava Cake noch. Ey. Vorsicht das Sofa ist neu. Ich hab's gleich. Mhm. Oh. Mann ich wollte so eine coole Aufnahme. Wisst ihr? So eine Foodporn Aufnahme. Aber es funktioniert irgendwie nicht so wie ich wollte. Mhm. 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 Ein bisschen viel süß für mich. Ich hätte nicht Double Sweetness bestellen sollen. Denn die haben wir hier schon sitzen. Weil ich bin Double Sweet. Weiter geht's. Ach so. Jetzt habe ich hier Broccoli. 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 Du weißt, du kennst meine Meinung zu Broccoli. Du bist das Schönste auf der ganzen Welt. Die Schlimmste. Eigentlich ist die nicht so positiv, ne? Mhm. Die ist nicht so positiv. Darf ich ein Broccoli von dir? Du darfst ein Broccoli von mir. Ich hab nämlich eine positive Meinung zu Broccoli. Ja? Ich mag das einfach. Es ist so ein... Es ist so ein... Ich steh darauf einfach. Mh. Hä? Hast du nicht vorhin noch mit mir über Broccoli geredet? Das ist so... Ich bin kein Broccoli Fan. Es gibt zwei Sachen, die ich nicht so gerne isst. Gibt es irgendwas, was du nicht so gerne isst? Ja. Was denn? Also weißen Spargel. Und Koriander mag ich nicht so gern. Ah ja. Aber bei Koriander ist es nicht so, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Für manche schmeckt er so nach Seife, für manche schmeckt er halt noch Koriander. Mhm. Ich glaub bei mir ist es Seife. Ja. Oder ich mag halt kein Koriander. Broccoli schmeckt für mich wie ein Kopf, in den ich reinbeiße. Kopf? Ja. Wegen den Haaren? Ja. Als wäre das so ein haariger Kopf und du beißt da so rein. Und das magst du nicht? Nee, weil irgendwie, wenn ich ein Broccoli reinbeiße, dann hab ich das Gefühl, ich krieg so Geruch von einem Kopf in die Nase. Aber Broccoli riecht doch nicht nach Menschenkopf. Doch, riech mal daran und stell dir erstmal... Wer hat solche Haare? Ja doch, warte. Wer hat solche Haare? Naomi John hat im Moment grüne Haare. Zählt das? Ja. Naomi John. Mhm. Doch, ne? Voll, ne? Sind wir einer Meinung, ne? Ja, finde ich gut. Darf ich Naomi John aber noch essen? Darfst du noch essen? Ja. Ich füttere dich mit Naomi John. Mhm. Ich mag Naomi John. Jude, erzähl. Was soll ich erzählen? Wie sieht dein 2024 aus? Ich hab Pläne, ja. Cool. Hast du auch Pläne? Erzähl, wo sieht man nicht 2025? Aber wie ist deine Kombi gerade? Boah, schon geil. Aber ist der Brokkoli. Der Brokkoli stört halt, ne? Ist der Brokkoli. Immer der Brokkoli nicht versucht. Mhm. Wenn du den Brokkoli jetzt wegdenkst dir? Dann würde ich trotzdem zu der hier. Bruscuto. Bruscuto. Bruscuto tendieren, ne? Okay. Trotz Double Sweetness? Mhm. Meine finale Kombi sieht anders aus. Okay. Die wird euch umhauen, liebe Freunde. Die wird crazy. Julia. Ja? Wo siehst du dich so in 5 Jahren? Haus, Kinder. Echt jetzt? Ne. Ich weiß es nicht. Hä? Frag mich sowas nicht. Weiß ich doch nicht. Du? Klar. Weißt du es? Jetzt mal ehrlich, weißt du es? Ich nämlich auch nicht. Fünf Jahre nicht, ne. Aber? Zehn. In einem Jahr, nächstes Jahr. Okay, was machst du nächstes Jahr? Nicht sagen, NDA, unterschrieben. Nee, Spaß. Wir werden auf jeden Fall fertig sein mit den ganzen Hauptvideos. Oh, das wird crazy. Glaubst du, du wirst es vermissen? Ich werd dein Acting vermissen. Gut rausgedribbelt. Mhm. Bei dir ist ja auch immer sauber, ne? Bist du auch so ein... Wer ist sauber? Du? Ich bin nicht sauber. Hä, inwiefern sauber jetzt? Ob ich meine Sachen wegräume, nachdem ich sie benutzt hab? Nee, bist du so ein cleaner Mensch? Ey, ey, ey! Ja. Ob ich ein cleaner Mensch bin? Mhm. Wie schätzt du mich denn ein? So, ähm... Essen, so Sachen. Kann ich mir vorstellen, bringst du bis zur Spüle weiter nicht. Wenn du auf Toilette warst, glaub ich, spülst du nicht ab. Fenster sind bei dir manchmal sehr lange zu, weil du es dann nicht merkst. Und es wird sehr stickig. Aber da machst du nichts gegen. Das ist überhaupt nicht mittelclean. Das ist komplett unclean. Ach so, echt? Okay, krass. Ich könnte die ganze Zeit weiter essen gerade. Ja, ich auch. Aber wir wollen natürlich auch die anderen Leute hier nicht verhungern lassen, weil ihr müsst euch vorstellen, hier sind 500 Menschen hinter der Kamera. Ist ein bisschen Brokkoli da drauf. Ja, genau. Brokkoli ist mega toll. Weißt du, was ich nicht mag? Ja. Brokkoli und Oliven. Uh. Oliven mag ich auch nicht. Außer manchmal. Wenn da noch so ein Stein drin ist und die nicht so intensiv schmecken. Also nach gar nichts. Dann mag ich sie nicht. So Ciabatta mit so ein bisschen Oliven-Taste kann ich mir geben. Das geht. Das geht. Wenn da so ein paar Oliven so drin sind. Bist du ready? Ich bin ready. Ich würde dem Ganzen eine 7 von 10, was die Kombi angeht, geben. Ah, wie der Weg in der Brokkoli. Das ist zu viel süß gewesen. Die Kombi finde ich nicht gut, aber die einzelnen Sachen waren dope. Das heißt, ich würde dem Ganzen eine 5 von 10. Boah, wie schreibe ich eine 8? Ganz schön schlecht. Machen wir sowas jetzt schon? Von 10. Ich sag 9 von 10. Ich fand es wirklich geil. Scheiße. Vergisst du auch immer diese 1? Nein. Boah, aber wenn ich jetzt schon 10 von 10 sage, dann ist das ja meine perfekte Kombi. Deswegen muss ich eigentlich 9 von 10 sagen. Ja. Weil ich ja noch nicht weiß, ob sie perfekt ist. Weil ich ja nicht weiß, wie das hier wird. Bei der 9. Sie ist eine 10 von 10, aber kann sich nicht entscheiden, wo die 10 hingeschrieben wird. Würdest du sagen, du bist eine 10 von 10? Ich? Ja. Nee. 11 von 10 oder was? Ja. Du? Du bist eine 10 von 10? Ich würde sagen, ich bin so... Ich würde sagen, ich bin eine 7 von 10. Eine 7 von 10? Das ist so wack. Okay. Ich glaube, ich habe im Podcast mal gesagt, ich würde sagen, ich bin eine 8 von 10. Ja? Für mich, so. Ja. Ja, ich hätte ich eher auch... Mhm. Ja. Okay, jetzt warten wir wieder und wir werden gleich wahrscheinlich einen kompletten Klamotten-Switch haben wieder. Lass mal mit Klamotten tauschen. Boah, das wäre mega lustig. Das wäre mega lustig. Mega lustig. Das würde keiner erwarten. Niemand. Ja. Strong. Okay. Cut. Tja ha 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 ha. Oh. Ey, voll funny. Wir haben einfach so Sachen getauscht. Voll krass. Und die Leute wissen das gar nicht. Ich denke immer noch, dass ich Julia bin. Nee, voll fancy, oder? Ja, weil du halt auch auf meinem Platz sitzt. So denkt man halt, du bist ich und ich bin du. Voll. Und weil meine Stimme genau so tief ist wie deine. Ja, genau. Same. Was ist meine Stimme eigentlich? Die ist so tief geworden. Oh, Junge. Meine Stimme ist doch wie immer, oder nicht? Oder nicht? Bisschen schon tiefer geworden. Bin ich schon ein bisschen erwachsen geworden jetzt. Seit du die ganze Zeit diese Montestreams schaust. Oh, Schmutz, Digga. Ja. Bitteschön. Oh. Cool. Es geht immer weiter und weiter. Das sind die letzten Dominos-Boxen. Die letzten Dominos-Boxen, ja. Nein. Stimmt, wir kriegen doch noch unsere Finale. Toll. Boah. Ich bin ready. Du hast eine Box, ich habe zwei Boxen. Nimm mal deine Modem- oder Router-Anschlüsse. Ah, alles klar. Ja, das sehe ich genauso grundsätzlich eigentlich. Ja, die meldet sich immer bei Boxen. Boxen? Bei meiner Stimme. Dann schauen wir doch mal. Die letzten Boxen. Die meldet sich gar nicht. Du hast gelogen. Esse ich mal ein Stück von meiner Waikiki-Pizza. Mhm. Warst du schon mal vorbei? Ähm. Ne. Du? Ja. Schön. Du bist so ein Weltenmensch. Auch schön. Ja, ne? So ein Weltenbummelack. Ne, das stimmt nicht. Ich war noch nie in Singapur. Mhm. Willst du mal? Wenn du nicht da bist? Ist ja immer so, ne? Pro und Contra. Du hast ganz viel Pizza da. Aber lass es das. Anna ist auf Pizza. Yes or no. Schreibt gerne in die Kommentare. Ist hier schon eine riesige Debatte. Ist es für dich denn ein Yes? Ist für mich ein Yes, ja. Ist nicht so, dass ich sage, everyday so. Kann man mal machen. Wenn man komplett verzweifelt ist. Aber ist lecker. Für mich wären everyday Yes. Ja? Mhm. Aber du bist auch so ein Hawaii-Mensch, ne? Genau. Vielleicht die für ich. So. Mhm. Wen kennst du da? Sag mal einen Namen. Markus. Ah, Markus. Ja, ja. Markus. Kennst du Markus auch? Der mal seinen Stand, seinen Borokoli Stand hat, ne? Mhm. Lecker. Der Brokkolimann. Gut aussehender Typ. Ja. Gut durchtrainiert. Aber nur bis hier. Dann darf ich wieder richtig dick. Oha, du hast die auseinander genommen, die Box. Probieren wir mal einen der Wings. Ja, man kann die auseinander nehmen. Cool. Jetzt ist es ein riesiger Teller. Entschuldigung. Mhm. Mhm. Das ist für mich jetzt gerade so eine komplett herzhafte Box. Find ich mir gut. Find ich sehr gut gerade. Mhm. 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 Du hast schon ein Cheesy-Bite gegessen und? Ja. Hatte ich vorhin schon. Mag ich. Dann baller ich mir noch ein Cheesy-Bite rein. Deine letzte Box. Also, deine letzte Auswahlbox. Genau. Jetzt haben wir hier nochmal Tuna. Oh, ich habe ja selber auch schon mal in einer Domino's Finale selber Pizza gemacht heute. Ja, und was hast du da drauf gemacht? Ah, alles was lecker ist. Brokkoli? Ein bisschen von mir. Ich bin auch sehr lecker. So, Julia, erzähl mal. Wie, ist es so in meinem Pullover? Mhm. Mhm. Gar nicht. Ist weich? Mhm. Du leierst auch gerade ein bisschen aus da, glaube ich. Aber ist okay. Nee, passt. Riecht gut. Riecht gut, ja? Riecht gut? Ja. Riecht so. Nach Brokkoli-Kopf. Ich versau mich immer voll. Bist du eigentlich eine saubere Person? Ich bin... Hast du mal... Du kennst doch mal eine Wohnung gewesen. Ja, also nein. Hey, was? Hey? So, unser finales Voting. Es ist Zeit. Can you believe it? Ich nicht. Ich werde auch gerade ein bisschen sentimental, muss ich sagen. Ach, J. Haben wir... ...gegessen heute. Ach, J. Wir sind aber noch ja nicht fertig, du. Wir geben jetzt einer Kombination den Gewinnerposten. Aber kann ich auch was umtauschen? Du kannst was tauschen. Du kannst jetzt tauschen, was du willst. Ist das schon... Was ist das? Wer kommt? Dominos? Noch mehr Mitarbeiter. Es sind schon mittlerweile 4.000 Menschen hier. Man reiche mir diesen Stift. Bitte. Danke. Kannst du mit Links eigentlich schreiben? Klar. Bist du Linkshänder? Auf gar keinen Fall. Okay. Also ich würde dieser Kombination eine 8 von 10 geben. Boah. Ne, 8,5. Wie geht denn das jetzt? Dann kann ich dadurch eine Gerade aufstellen. Ein Halb von 10. Und damit ist das hier an sich gerade meine Lieblingspost. Aber ich hätte statt den Lavacake lieber die Churros. Und dann wäre es eine absolute 10. Also man darf sich das doch so zusammenstellen, wie man es gerne möchte. Oh. Schreibe ich nicht so an. Es tut mir immer so weh, wenn sie mich so anschreien. Aber dann schreib doch mal unten in schöner Schrift doch einfach mal was du... Oder ne, du kannst das doch Magnete hier. So einfach. Oh. Okay. Dann darfst du in der Zeit während ich das machen. Ne, das will ich gerade sehen. Fungi. Rösti. Toast. Ja. Nice. Ich schreib ja mal eine 10 von 10 rein, ja? Ja. Das wäre eine 3 plus... Plus 4. Okay. War lecker. Lecker, lecker. Das sind 9 von 10, ja? Was war? 9 von 10. Okay. Ich schreib mal eine 9 drauf, ja? Okay. Oh, jetzt bin ich ein bisschen zu lang geworden gerade. Das ist nicht ein langer P. Kunst. Kunst, nennen wir das. Und es ist ein Regenschirm, weil dieses Essen halt nicht trocken kommen. Oh. Regnerischen Tagen. Oh, wie schön. Dann haben wir Tuna, Rösti, auch eine 9 von 10 auf jeden Fall. Oh. Okay. Du hast viele 9 von 10. Was machst du denn jetzt gleich? Ich bin einfach auch lecker hungrig. So. Guck mal, du weißt doch. Ja, ich weiß doch. Du weißt, was ich... Auf jeden Fall die. Broccolina. Broccolina. Ja, Broccolina. Ja, Broccolina. Diribari? Diese Bari. Ja, nehmen wir Tuna. Nimmst du die, würde ich sagen. Okay. Gut. Ich entscheide jetzt hier einfach seine Box. Das auch, ne? Rösti. Du redest die ganze Zeit nur über diese Dinger. Rösti, bester Mann. Schon bevor wir dieses Video gedreht haben, hat er über nichts anderes geredet, als über diese Sticks. So, und jetzt brauchen wir aber schon noch eine süße Sache, oder? Ja. Ja. Oh, aber welche? Ich rate jetzt welche du willst. Ja, ja. Aber du kannst mich ja beschreiben. Guck mal, beschreib mich erstmal. Da sagt man ja Sachen wie zum Beispiel Hot, Heiß, Magma, Lava. Sehr gut. Das wäre meine 10 von 10 Kombi. Krieg ich die jetzt nochmal? Oh toll. Krieg ich dafür meinen Pulli wieder? Ja, kriegst du. Eingeschmiert in Lava Cake. Wie sieht eigentlich dein 20... There it is! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Stimme ist echt tief, ne? Das ist deine! Danke, Julia! Oh, das ist meins. Oh, toll! Das hieß super. Sind wir glücklich mit unserer Kombination? Wir sind glücklich mit dieser Kombination. Schön! Ich bin auch sehr glücklich mit meiner Kombination. Guck mal, wie toll das aussieht. Mach mal. Mach mal. Oh, schön. Nein! Ach, bitte einmal. Nein! Du musst jetzt auch testen, eigentlich, ne? Warum fütterst du mich nicht? Weiß ich auch nicht. Du willst die Messset ein, so. Und? Mhm. Wie würdest du meine Box bewerten? Lob. Wunderbar. Mir hat das viel Spaß gemacht. Was würdet ihr in eure Box reintun? Meiner Meinung nach. Jetzt lass dir auch mal reden. Du hast so viel geredet schon. Dein Redeanteil ist so viel. Gib den anderen Leuten auch mal ein bisschen Screen Time. Schreibt gerne jetzt rein mal, was ihr in eure Box drin haben würdet. Geile Kombination. Kann man sich geben. Kann man sich mal einen gemütlichen Abend machen. Eine Serie anschauen. Oder über, weiß nicht, die kommenden Jahre sprechen. So, ne? Wie es bei dir auch zum Beispiel aussieht, ist super interessant. Immer als ein Gesprächsthema. Sowieso, ja. Falls ihr mal eins braucht. Vielen lieben Dank Dominos auf jeden Fall. Danke für die Dominos-Boxen. Danke, dass wir die vorstellen durften. Mhm. Ihr wisst Bescheid. Schreibt gerne in die Kommentare, was bei euch abgeht. Vergesst nicht, die Box gibt's ab 5,99 Euro, wenn ihr selber abholt. Oder wenn ihr wollt, dass Judah sie für euch abholt. Das gilt auch? Genau, das gilt auch. Ich mach das auch. Einfach bei jedem von euch. Kein Problem. Schreibt's einfach in die Kommentare. Ich bin am Start. Also schaut auch gerne bei Judah vorbei. Achso. Wenn ihr noch mehr, weiß nicht. Intellektuelle Gespräche mitbekommen wollt. Richtig. Da kann man dann gut bei mir vorbeischauen. So Julia, dann ist gut. Tschüss. Oh. So und jetzt kriegst du dich ja zurück. Hab ich auch gesagt? So. 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 Vielen Dank.